Seit einiger Zeit schippern Derry und Smiller übers Meer, um fremde Länder zu entdecken. Sie können es kaum erwarten, endlich... Was zum... Ihr Schiff steckt mitten im Meer auf einer Sandbank fest. Wie können sie sich nur schnellstmöglich befreien? Sie beschließen, verschiedene Rettungsmöglichkeiten zu durchdenken. Denn die beiden lieben es, Pläne zu schmieden. Diese beiden Sätze haben etwas gemeinsam. Beide enthalten ein Infinitiv, also die Grundform eines Verbs, mit zu. Aber warum trennt hier ein Komma die Infinitivgruppe vom Hauptsatz und dort nicht? Dazu schauen wir uns die Kommasetzung bei Infinitiven mit zu einmal genauer an. Deri hat bereits eine zündende Idee. Er will einen Ballon aufblasen, um sich aus der Lage zu befreien. In diesem Beispielsatz wird die Infinitivgruppe mit der unterordnenden Konjunktion um eingeleitet. Aufgepasst! Eine Infinitivgruppe sieht zwar auf den ersten Blick aus wie ein normaler Nebensatz. Allerdings enthält eine Infinitivgruppe keine finite Verbform, sondern eine infinite Verbform. Du kannst dir merken, dass Infinitivgruppen, die mit um, ohne, statt, anstatt, außer und als eingeleitet werden, durch ein Komma vom Hauptsatz abgetrennt werden. Ein Ballon soll das Schiff befreien? Smilla hat eine viel bessere Idee. Ein Riesenkraken könnte ihr Schiff von der Sandbank zurück ins Wasser heben. Aber Smillas Idee, einen Riesenkraken um Hilfe zu bitten, findet Deri unsinnig. Auch hier kannst du sehen, dass die Infinitivgruppe durch Kommas vom Hauptsatz abgetrennt ist. Die Infinitivgruppe, einen Riesenkraken um Hilfe zu bitten, bezieht sich auf das Nomen Idee. Ist die Infinitivgruppe von einem Nomen abhängig, muss sie durch ein oder mehrere Kommas abgetrennt werden. Um das Schiff zu befreien, will Deri schwere Geschütze auffahren. Er bevorzugt es, einen Raketenantrieb zu installieren. Kannst du erkennen, auf welches Wort sich die Infinitivgruppe bezieht? Einen Raketenantrieb zu installieren ist das, was Deri bevorzugt. Weil das Bezugswort S auf die Infinitivgruppe verweist, wird auch hier ein Komma gesetzt. Merke dir, dass du Infinitivgruppen immer dann durch ein Komma abtrennst, wenn im Hauptsatz ein Bezugswort wie zum Beispiel es, daran oder das steht. Wie du siehst, werden Infinitivgruppen also fast immer durch Kommas abgetrennt. Im Beispielsatz vom Anfang gab es allerdings kein Komma. An dieser Stelle kannst, musst du aber kein Komma setzen, weil sich die Infinitivgruppe auf kein vorangegangenes Nomen bezieht. Manchmal können Kommas sinnvoll sein, um die Gliederung eines Satzes zu verdeutlichen. So kannst du den Satz leichter lesen. Insbesondere dann, wenn Infinitivgruppen sehr lang sind oder wenn sie am Anfang des Satzes stehen. Bevor wir herausfinden, ob Smilla und Deri ihren Kurs fortsetzen können, schauen wir uns noch einmal die gelernten Kommaregeln an. Du trennst Infinitivgruppen mit einem Komma vom Hauptsatz ab, wenn sie mit einer unterordnenden Konjunktion wie um, ohne, statt, anstatt, außer oder als eingeleitet werden. Außerdem muss ein Komma gesetzt werden, wenn sich eine Infinitivgruppe auf ein Nomen des Hauptsatzes bezieht. Es gibt hinweisende Wörter wie zum Beispiel es, daran oder das, die dir zeigen, dass du die Infinitivgruppe mit einem Komma vom Hauptsatz abtrennen solltest. Alle anderen Infinitivgruppen können, müssen aber nicht durch Kommas abgetrennt werden. Oh wow, da hat Deri aber eine ziemlich große Rakete vorbereitet. War wohl doch keine Sandbank. Jetzt brauchen Deri und Smilla einen neuen Plan. Amt weiter geht's. Deri und. Vielen Dank.